So Leute, es geht nach Süden, kurz gucken, ja passt, so. So, wir haben den 3. April 1944. Willkommen in Rumänien, Herr General. Sie kommen gerade zur rechten Zeit, unsere Nachrichtendien zu melden, dass ein sowjetischer Großangriff unmittelbar bevorsteht und unsere rumänischen Verbünde sind bedroht. Sie werden das verhindern, Herr General. Erobern Sie alle Zielobjekte in diesem Frontaufschnitt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie hier vor allem einen Abwehrkampf führen müssen. Aber sobald sich die Möglichkeit bietet, sollten Sie einen Gegenangriff starten und alle Stellungen zurückerobern. Alle Berichte weisen darauf hin, dass der Fight seinen Hauptschlag gegen Dregou, Rumos und die dort stationierten rumänischen Verteidiger führen wird. Rücken Sie also zügig vor, um diese Stellungen zu verstärken. Wie klug, Herr General. Eine Niederlage hier könnte sich verheerend auswirken und zwar nicht nur auf das, was unsere Verbündenden zum Balkan betrifft. Auch unser Verbündnis mit Rumänen könnte ernsthaft gefährdet werden. Von daher ist ein Scheitern keine Option. Erobern Sie alle Ziele. Okay. Oh, Panzersheck-Infantrie, eine neue. Wieder. Wunderbar. Oh, die G. Da gucken wir mal gerade. Thema Luftwaffe. Welchen Jäger, den werden wir wohl behalten. Ich gucke mal gerade, was das für einer ist. Ah, die Spritdinger sind halt echt zum Kotzen. Na, komm, scheiß auf. Machen wir das. Äh, ein anderer wird auf jeden Fall wegfallen. Hm. Den werden wir aufbauen. Der bleibt. Der auch. Hm, der könnte. Verteidiger 2 würde ich sogar lassen. Angriff 2. Bezichtrat ist der. Ja, ich glaube, der fährt jetzt mal weg. Ich habe keinen Platz für den Kram. So, dann haben wir hier die Infantrie. Da gibt es wieder eine andere Variante. Okay. So, du bist der mit Bewegung. Nein, du bist der mit Bewegung. Ja, okay. Äh, Panzer werden viele ja nicht mehr existieren. So, dann gehen wir. Ja, der hat auch. Nein, der hat keine Luftverteidigung, sehe ich gerade. Ah, das ist jetzt echt ein Problem, finde ich, dass der keine Luftverteidigung hat. Eins ist halt eins. Auch nur ein Punkt. Ich glaube, ich lasse dann die A. Hier ist es D, hier ist es nochmal andersrum. Der ist gleich hier. Ne, dann werde ich das echt auf D lassen. Und der ist... Der ist aber A. Könnte es sein, dass hier ein bisschen was durcheinander ist oder dass bei Elite anders da gesetzt wird. Ist natürlich auch denkbar. Sieht das hier bei dir aus. Okay, ja, der braucht halt ein bisschen, aber... Ansonsten passt das. So, wir... Ja, müssen erstmal hier... Der wird hier vollzogen durchgestoßen, ist ganz klar. Das heißt, brauchen wir hier... Wir brauchen hier auf jeden Fall einfach mal eine Verteidigungslinie. So, das heißt, du hier hin. Muss ich mal gucken, wie ich die Luftwaffe hier setze. Ich glaube nicht, dass die am Anfang hier durchmarschiert. Ne, denke ich auch nicht. So, hier hin. Aber wir machen hier einfach mal das. Aber so schnell kommt er nicht nach vorne. Das wäre schon sehr überraschend. So, hier hin. Du kommst hier hin. Ja, mit der Bewegung 2. Den setzen wir nach hier. Den Gratschützen schicke ich auch hier hin. So, hier hin. Wenn ich mir jetzt hier diese Werte angucke... Naja... Ah, das ist halt echt so viel krasses. Du hier hin. Dann kommst du auch mal hier hin, ist okay. Natürlich hier die Artillerie hin. Und... Lucky Shit. So, die Luftwaffe hier neben dran. Panzer hier hin. Der Panzer hier hin. Artillerie nach hier. Du kommst du auch mal hier hin. Wo war ich hier hin? Ähm... Hier hin? Ja, doch, doch, doch. Hier hin. Die SE-Infanterie. Hier hin. Und die SE-Infanterie. Kann hier hin. Und das ist der Panzer. Kommst hier hin. Blammenpanzer. Und erstmal noch hier. Dann kann der hier hin. Lust, dass er... Hier hin. Sturmgeschütz hier mit. Artillerie hier hin. Du hier hin. Ja, kannst hier mit. Die Panzerabwehr hier hin. Ich glaube jetzt nicht, dass in meinem Rückraum irgendwelche Truppen sind. Kannst du mir jetzt nicht vorstellen. Groß. Okay, komm hier hin. So, Luftwaffe. Naja, du bist nicht dabei. Wo hier hin? Bombe. Du bist dabei. Äh, Bombe hoch. Nach hier. Und du bist... Du kommst hier hin. Angriff 2 hier hin. Sieger hier hin. Die gehen dann hier in die Offensive. Äh, der Bomber mal noch ein bisschen nach unten schicken erst. Ach, nicht. Angriff 2, Verteidigung 1, Initiative 3. Angriff 2, Verteidigung 2, der ist über 1 besser. Okay, holen wir mal ihn mit. Dass er ein bisschen Erfahrung sammelt. So, dann haben wir noch... Hm. Weißt du was, dann kann man ihn doch mit holen. Dann holen wir die Infanterie hier auch mit. Hier hin. Und dann holen wir unseren Panzer hier auch mit. Gab es da irgendwas Neues? Nee. Er kann dann hier hin. Ja. Okay. Ja, der wird die jetzt erstmal überrennen. Du mal gut zu wissen, dass wir hier eine Plagg sehen. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 5, ... 2, 3, 2, 3,... Go, 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 go. Oh, der ist weg. Ja, die erste Linie hat das schon untersprochen. Okay, so, das heißt ihr nach hier. Nach hier. Ja, wir kriegen dich oder dich. Und auch hier. Ernsthaft? Okay, ähm... Hier hin. Okay. Wer kommt da hin? Ich müsste aber die Arterie ausschalten. Okay. Daran ist hier was. Oh, come on. Direkt eins auf die Mütze gekriegt. Okay. Oh. Ich könnte natürlich da durch, ne? Jetzt habe ich das Problem, dass ich hier irgendwas hinstellen muss. Flammenpanzer, nein, ganz toll. Ja, das hat ja super geklappt. Guck mal hier drauf. Startklar. Hier wird eine Flak sitzen mit Sicherheit. So, wir gehen jetzt mal gucken, was hier abgeht. Machen wir das mal so. Panzer in Bewegung. Das ist mir zu riskant. Startklar. 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 Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Okay, so das hier bleibt erstmal so, hier haben wir die Verteidigungslinie hier, wir gehen, die Hügel sind eigentlich ganz gut, deswegen hier hin, naja, es wird eine Runde beschäftigen, dass wir die Einheiten hier haben, ja, die Rumänen haben halt echt keine Erfahrung, null, das heißt, das bringt mir hier eigentlich gar nichts. Die lassen wir hier stehen, weil das könnte, naja, ja, lass die Linie jetzt vielleicht, ist klar, aber wir müssen gucken, dass wir die Linie irgendwie festigen. Die Linie ist nicht wert, aber wir müssen die Linie es gut machen und Wer rückt hier schneller vor, als ich das erwarte. Das ist halt ne Gefahr, ne. Wenn ich hier zu hab, dann hab ich schon mal ein Bond weniger. Wir müssen hier mit der Luftwaffe hin. Jetzt ist er da durch. Ach, come on. Genau das, was ich jetzt nicht gebrauchen kann. Okay, aber er ist jetzt durch. Das ist halt jetzt so. Startklapp. Startklapp. Wolf. Ganz großes Kino. Startklapp. 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 ja ist eh egal die muss eh hier hin aber moment mal wir könnten das mal gucken langsam hat ja super geklappt jetzt krieg ich ein sichtradius hätten wir ein tiger ja jetzt hat er sichtradius von 4 ok ich schicke diesmal noch hier die bombe die feuer so machen sollen ja komm ja geht auf ja da fangen jetzt die probleme hier an ja Tegel zur Front Leichter Panzer meldet sich zur Stelle Upsi, da oben steht einer Ah, war das dumm Oh, war das dumm Ja, das hier war nicht clever. Tiger Breit, Panzer in Bewegung. Das ärgert mich jetzt, da habe ich einfach gepennt. Nicht direkt angreifen, erst mal. Das war gut, das war gut. Ja, da kann ich nichts machen. Sonst soll er halt einfach ein bisschen hier für Stress sorgen. Mehr kann ich jetzt hier nicht machen. Nee. Okay. Viel Schaden, saugut. Gutes Game-Movulieren, das kann ich nur vor dem Video machen. Das kann ich nicht vor dem Video machen. Okay, konnte doch ein Problem werden. Alter Schwede, was da runterkommt. Uff. Ja, das war einfach so dämlich. Was? Ach komm, ey. Boah, das ist echt heftig viel. Okay. Ähm. Dann wieder eine Starpolizei. Ja, besser! Stop! Start. 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 Okay, pass auf, kommt es hier hin? Oh, hier hin. Das wird erstmal reichen. Oh, hier hin. Oh, hier hin. Oh, hier hin. Okay, der wird auch nicht weg. Ich bin jetzt ärgerlich. Leichter Panzer meldet bitte Stelle. Okay, da oben wartet die nächste Armada. Aber das ist kein Problem, die können wir hier stoppen. Sobald wir dann hier durch sind. So, du kommst hier hin. Lass uns mal gucken, ob wir das hier mit der Art Lobby machen. Der muss hier runter. Und... Infect. ist Es ist Oh sehr gut Sie haben Punter Sie haben Punter Sie haben Punter Nein, das ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, fertig ist euer Feuermann. Ja, hier ist problematisch. Hier sind wir eigentlich gut durch, ja. Er kann eigentlich hier hoch. Das gleiche hier. So, dass wir hier diese Linie aufhalten können. Und hier müssen wir halt auf die Luftwaffe setzen. Und jetzt haben wir schlechtes Wetter. Und das wird jetzt problematisch. Ich habe hier unten noch keine Infoskriegfalt mehr gerade. Okay, der schwächt sich hier selber, was schon mal gut ist. Jetzt müssen wir weiter einfach hier rein. Ja, jetzt haben wir halt der schlechte Wetter. Und das ist jetzt echt problematisch. Warum kriege ich jetzt hier bitte schlechtes Wetter? Tiger zur Front. Tiger zur Front. Tiger zur Front. um start Aaaaahhhhhh Aaaaahhhhhh Oh Hier Panther. Tiger zur Front. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Okay. Jetzt ist es halt der Scheiße am schlechten Wetter. Okay. Jetzt auch wieder ein gutes Wetter, sehr geil. Ja, super, danke. Junge. Das ist gut, dass ich jetzt feste, dass ich jetzt selber. Das Leben muss ja kein Tier durchkommen. Ja. Oh, wie mies. 4 Schaden. Unfassbar. Unfassbar. So, wir machen jetzt hier oben die Linie zu. Tiger bereit. Hier Panther. Okay, da scheint nichts drin zu sein. Hier Panther. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Hint! 4 Schaden, 400. 30, 45. 5 Schaden. 4 Schaden. 4 Schaden, 34. Und jetzt auf die Räume her. Piece neu ist gut. T viene mit T4. 4 Schaden. Und jetzt ist es schwer. 2 Schaden. 5 Schaden. 4 Schaden. Was ist das fast? ok dann können wir was das machen wir das Was machen wir? Das. Start klar. 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 Okay, das passt. Das ist jetzt auch okay. Hier oben. Start klar, das passt jetzt. Die Citistos hat. Siegeln zur Zeit. 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 Möchte wir gerne wissen, dass hier oben ist. Hm. Die stehen eigentlich ganz gut. Da brauch ich auch eine Infanterie. Dann wäre vielleicht er oder er dafür. Er ist eigentlich auch gut. Hier eine Einheit in den Wald. Ja, müssen wir mal gucken. Wir machen hier erstmal zu. Hier versuchen wir jetzt die Pässe zu machen. Wir gehen nach hier. Okay, passt schon. Das hier passt auch. Das ist eigentlich okay. Okay, kann er mal ein wenig aufmachen. Okay. Okay. So, gut Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Und dann geht es hier weiter mit der Schlacht. Wir werden jetzt mit den Truppen erstmal hier oben das zumachen. Und werden jetzt wirklich versuchen, den da. Also hier, machen wir alles auf jeden Fall zu. Gucken wir den da wirklich jetzt wirklich, ja sozusagen einkästen. Was ja hier eigentlich nicht geht. Aber er kann hier ja zunächst viel machen. Das heißt, die Haupttruppen werden von hier kommen müssen. Oder von hier noch. Aber wir haben jetzt alles hier im Griff. Hier muss ich mal gucken, wie ich das mache. Hier wäre es möglich, sehe ich. Das ist jetzt sehr interessant. Okay, muss man aber beim nächsten Mal gucken. Das war es aber von dem Part. Ich bedanke mich für das zu sein. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.